Möchte ich mit mir selber befreundet sein? Weil die erste Frage für mein neues Buch ist nicht einfach zu beantworten. Ja, und dann habe ich eine Zeitreise gemacht. Zurück zu meiner ersten weiblichen, echten Freundin. War meine Cousine, ich war fünf. Zu meinen Mopedfreunden, das war eine ganz andere Zeit. Bis heute. Spannend, lustig, nachdenklich, sehr unterhaltsam. Viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal.